Wer waren eigentlich die vier Herren an der Tafel von Miss Sophie? Miss Sophie, so viel scheint gesicherte Erkenntnis, hat nur viermal in ihrem Leben ihr Herz verloren und alle ihre Männer überlebt. Alles weitere ist reine Spekulation. Sir Toby ist lustig, weil er immer nachgeschüttet haben, also nachgeschenkt haben will. Ja, und James tut auch immer seinen Kopf zur Seite neigen und sagt gar nichts, aber möchten Sie noch was? Und dann muss er immer nachschenken, das finde ich also sehr lustig bei Sir Toby. Admiral von Schneider. Schau. Admiral von Schneider ist der Langweiligste. Ja, der tut nichts anderes als Skoll sagen. Skoll! In Lübeck hat sich eine Rockcoverband nach Admiral von Schneider benannt, selbstredend, dass die Musiker auch die Dinner for One Melodie a cappella hinkriegen. Admiral von Schneider ist ein sehr forscher Typ gewesen. Meines Wissens der erste Kommandant der Enterprise. Ne, das glaube ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Passat gehe ich von aus. Auf der Passat oder auf der Gorchfock. Bist du Pomeroy? Ach, jetzt hoffe ich das. Ist alles, was er stammelt. In Wahrheit soll es Archibald Pomeroy faustdick hinter den Ohren gehabt haben. Er sei gar ein französischer Aktzeichner gewesen, hört man. Hier ein Namensvetter mit Pudelfrisur. Der Mr. Pomeroy ist wahrscheinlich, wenn ich das alles gelesen habe im Internet, wahrscheinlich aus Devon. Also da ist der Name sehr gängig. Und Winterbottom ist, soviel ich informiert bin, aus Yorkshire. So gesteht er ihr seine Liebe. Walter Winterbottom war ein berühmter Mann. Ist 1962 Trainer der englischen Fußball-Nationalmannschaft. James macht ihn zum Rüpel. Ich würde mal sagen, dass mein Vater Mr. Winterbottom am meisten mochte. Mit seinem nordenglischen Akzent und der Bodenständigkeit war er ihm am ähnlichsten. Und er war auch Miss Sophies Favorit. Well, hier we are again, old love is you, me and I, let's just hold up. Bygum, you're looking younger than ever, love. Younger than ever. He 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 he! Hy he he he! Vielen Dank.